Neuer Shop kommt jetzt hin. Keinen Sekunden mehr, fast hätte ich tatsächlich den Shop verpasst. Aber, alles noch drin, wichtig, davor liken und abonnieren nicht vergessen. Ganz nach oben, äh, ja, bei den Ikonenskins, da muss ich direkt sagen, die skippen wir alle durch. Der Shop ist einfach viel, viel zu groß. Hier absolutes Highlight, das Emote. Ja, und fragt mich nicht, warum ich dieses Backpack anhabe. Aber Emote ist sehr wild. Äh, Ninja Bundle, ja, maximal auch das Emote. Aber den Rest finde ich jetzt auch nicht so nice. Hiervon muss ich sagen, schwierig. Würde ich auch sagen, ja, ja, es haut mich jetzt nichts krasses um. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, dann Spitzsacke und Emote. Dann haben wir hier Lachlan. Ähm, ja, nee, skippen wir hier CypherPK. Ähm, Emote. Emote finde ich auch geil. Gleiter auch, aber ich würde trotzdem Emote auf Platz 1 setzen. Dann haben wir hier, ja, hier finde ich ganz ehrlich irgendwie nichts krass. Nö. Hier finde ich auch nichts krass. Skippen wir auch bei LoserFruit. Hier finde ich nur das Backpack geil. Joa. Backpack ist wirklich cool, aber dafür muss man sich halt den Skin kaufen. The Graf hat, ja, hat einen coolen Skin und eine coole Spitzsacke und ein cooles Emote. Da würde ich sogar sagen, cooles Bundle kann man sich geben. Das hier, nee, 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 ist nicht so mal. Oh, ich sehe zwei neue Sachen unter mir. Mehrere. Wait. Was ist das denn hier für ein Bereich? Endlich kommt das Emote rein. Eigentlich müsste heute neue Skin im Shop sein. Hm. Endlich kommt das Emote rein. Krass. Ich habe drauf gewartet. Ist irgendwie cooles Emote. Sogar Fortbewegungen. Sehr geil. Sehr cool. Und passend dazu die Sonne. Ja. Also das sind die Highlights heute vom Shop. Bis jetzt. Ansonsten haben wir hier, passend dazu Inselstimmung. Äh, ja. Ist okay. Das kann man bei den Temperaturen jetzt gerade aktuell schon so mitnehmen, das Emote auf jeden Fall. Und das erst recht. Also die ganze Reihe ist cool. Kann man taken. Cooler. Auch sehr nice. Seid ehrlich, mein Backpack ist auch krass, oder? Mein Backpack ist einfach eine 10 von 10. Sehr wild. Wie das Emote. Äh, so. Dann sind wir hier durch. Hm. Ist der Skin heute wirklich nicht im Shop? Also eigentlich soll der heute reinkommen. Sehr, sehr komisch. Na ja. Dann eventuell morgen. Hm. Ja. Skin ist krass. Spitzsacke. Äh, na ja. Geht so. Geht so. Gleiter. Ist sehr nice. Da könnt ihr auch alle Farben drauf klatschen wie beim Skin. Emote. Ist auch nicht schlecht. Emote finde ich cool. Lackierung. Lackierung. Äh, ich glaube die macht was, oder? Ja. Ja, ist, ist jetzt keine schlechte Lackierung, finde ich. Musikpaket. Ich glaube das ist das vom Emote. Ja, glaube ich schon. Ladebildschirm sehr wild. Der ist sehr, sehr wild. Und einmal hier ein langweiliges Spray. 1,5 einzeln. 500 einzeln. 800 einzeln. 200. 500. 200. Alter, ist da viel im Bundle drin. Dann haben wir hier. Boah, wir haben echt den neuen Skin nicht im Shop. Was? Auf den warte ich sogar. Vielleicht ein kleiner Fehler. Ich schaue mal kurz auf Twitter, ob wir da irgendwelche Neuigkeiten haben. Boah, sogar ein seltenes Item haben wir heute da. Aber, naja, so halbwegs selten. Ne, der neue Skin scheint nicht da zu sein. Äh, ja, das Bundle. Ja, ne, dreimal nein eigentlich. Ist nichts krasses. Also Gleiter finde ich noch einigermaßen okay. Und weibliche hier vom Set, aber der Rest. Naja. Naja, naja. Nichts krasses. Nö. Dann haben wir hier den vorletzten Bereich. Den Skin fühle ich auch gar nicht so wirklich mehr. Nö. Höchstens in der dunklen Variante. So in der letzten Variante schon cool. Aber die anderen Varianten, naja. Backpack. Ähm. Auch nur in der letzten Variante. Letzte Variante sehr wild. Die ist so oder so eine 10 von 10. Das ist ein richtig geiler Skin. Richtig cool. Die Season war so oder so die beste. Ähm. Ja. Also wo der Skin rausgekommen ist. Die Season meine ich. Ähm. Sehr, 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 sehr krasse Spitzhacke. Und sehr, 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 sehr wilder Gleiter. Für den Preis. Ultra nice. Rote Ritterin. Ohne Witz. Ich warte darauf, bis die 2, 3 Seale bekommt. Weil für 2k. Sau teuer. Skippen wir. Spitzhacke. Ja. Kann man mitnehmen. Dann haben wir hier den letzten Bereich. Ist hier das State Name Mode? Ja. Das ist hier unten rechts. Das hat 109 Tage. Ist jetzt nichts krasses. Skin. Ähm. Ja. Ja. Ist okay. Für 800 V-Bucks. Die ist richtig nice. Die ist richtig wild. Fehlt aber so ein Backpack dazu. Ähm. Ja. Ist auch keine schlechte Spitzhacke. Ansonsten. Boah. Die ist auch krass. Die ist wild. Nicht hier. Da ist Trash. Aber hier. Dieses RGB Zeug. Sieht schon wild aus. Backpack. Skippen wir. Schrullig. Sehr, sehr. Nices. Emote. Weiter geht's. Ähm. Ja. Mein Hirn ist auch gerade überladen. Um 2.06 Uhr. Gerne eine 6 kommentieren. Falls ihr bisher geguckt habt. Ansonsten. Bleibt der Shop hier komplett unverändert. Oder? Also ihr seht es. Gönnt euch mal bitte wie groß der Shop ist. Ansonsten im Shop. Gerne mal sec benutzen. Kurs geht an der Stelle raus. Untertitelung des ZDF, 2020